Bismillah ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ich kriege des Öfteren die Frage, leider, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt manchmal bekommt man halt Fragen, die man besonders sinnlos findet, aber okay, ich gebe auch darauf eine Antwort Das ist zum Beispiel die Frage, wenn Töten im Islam verboten ist, warum gibt es dann im Islam die Todesstrafe? Und wenn Töten im Islam verboten ist, warum gibt es dann beispielsweise Dschihad? Oder jemand sagt, Töten ist doch verboten, dann kann doch nicht Töten zum Beispiel für Mord erlaubt sein Und das wird dann gesagt, das ist doch ein Widerspruch Erstmal müssen wir definieren, was ein Widerspruch ist Ein Widerspruch ist etwas, was unmöglich miteinander vereinbar ist In Deutschland ist es verboten, und die Antwort ist ganz einfach Töten ist nicht in allen Fällen verboten Sondern Allah sagt ganz klar, dass das Töten ohne Recht verboten ist Es gibt aber Fälle, wo das Töten erlaubt ist Zum Beispiel, und da kommen wir gleich drauf Zum Beispiel in Deutschland ist es verboten, jemanden seiner Freiheit zu berauben Aber es gibt überall Gefängnisse Das heißt, in bestimmten Fällen darf man jemanden seiner Freiheit berauben Und genauso ist es im Islam auch Im Islam ist es im Allgemeinen verboten zu töten Aber in gewissen Fällen ist es erlaubt zu töten Zum Beispiel, und auch nicht für jeden erlaubt zu töten Sondern zum Beispiel für einen Staat Zum Beispiel jemand, der umgebracht hat Dem kann es eventuell passieren, dass er dafür auch die Todesstrafe bekommt In Amerika beispielsweise ist auch Töten verboten Aber in bestimmten Fällen gibt es die Todesstrafe für Mord Und in bestimmten Staaten Und natürlich gibt es auch das Recht auf Selbstverteidigung Und in bestimmten Fällen, in diesem Fall den Dschihad, den man auch kennt Wo getötet wird Den Dschihad, ich meine den militärischen Dschihad Das heißt, Töten ist im Islam Die Antwort ist ganz einfach Töten ist im Allgemeinen verboten Außer in den Fällen, wo der Islam es erlaubt Das heißt, wo er spezifiziert Allgemein verboten An speziellen Stellen erlaubt So einfach ist die Antwort darauf Und dieses Töten ist dann dazu da Um die Gesellschaft zu schützen Und um auch abzuschrecken Etc Das ist meine Botschaft Möge Allah uns mehr Wissen in der Religion geben Subhanaklomo Bihamdik Shadwadla Ila Ila Asdaf Al-Ugoth Überleg Ila Ila